... Das war's für heute, ich würde gerne mal eine Ratschein, jetzt machen wir es heute noch. Jetzt sind wir wieder einmal die Ratschein. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!